Ja, und schon bin ich hier wieder. Ähm... Wir gehen jetzt auf einmal hier weiter. Wieder mal wie immer. Gerade haben wir es irgendwie so verkackt. Trotzdem komischen Perfekt-Bahn. Ech, hier bin ich ein scheiße Wichser. Wie soll ich das kennen? Boah, ich dachte schon. Ey, sie schießen! Ich bin doch nicht grad gezielt, aber sie schießen! Immerhin! Sack 2! Du scheiß Wichser! Wüsste ich jetzt cool nur mal den Rannade-Geschmissen haben? Aber wie soll ich das jetzt verkacken sollte, ne? W at the fuck? Du hast doch unseren Rannade-Geschmissen-Geschmissen-Geschmissen. Das ist der letzte. Verdammt, da kann ich auch die ganze Zeit besiegen. Es ist stummf. Das hätte er so saumässig wie ich fanden gehabt. Aber irgendwie, keine Ahnung, wie viel krank ich ist, kann man so auch. Das ist stummf. So. Wie liegt der denn da? Ich brauche sofort Unterstützung! Deine Mutter braucht Unterstützung. Ich bin einbeschockt! Ich bin einbeschockt! Ich bin einbeschockt! Wichser! Wann ist das? Ich bin nicht am Nachladen. Ich habe gar keine Muni mehr. Wieso kann ich mir keine Muni von ihnen zeigen? Das ist total behindert! Das ist jetzt einfach nur irgendwie... So unschön und so. Also irgendwie... Ich kreise das immer so alle Leichen ab, aber irgendwie... Nein! Äh, Braun 7, hier ist an Nummer 1! Schraub, schraub da an! Gerne! Haha, ich weiß nicht mehr den Koordinaten, Idiot! Manhattan... Braun 7, hier ist Tara Strickland auf Oversight. Unser Einsatzziel ist Fangen und Verhören. Tötungsbefehl ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Bestätigen Sie diese Anweisung! Scheiß Krach! Der Dreckskerl hat die halbe Kobalt-Sektion erledigt. Er stirbt hier! Haha, nö. Wenn ich sterbe, hab ich wieder einen Neustart. So quasi. Wenn ich einmal tot bin, kann ich wieder von neuem anfangen. Hier nicht! Ich hab... gefailt, ihr Idiot! Wie sollt ihr das mit dem PC gerade so geleckt? Boah, das ist... Ich hab... Ja, ganz ehrlich... Ich hab keine Granaten. Ich bin komplett blank, was Muenü angeht. Ja... Wie soll man das so richtig schaffen, wenn man keine Munition hat? Ja... Wie soll man das so richtig schaffen, wenn man keine Munition hat? Ja... Das werde ich auch... Mit Freuden tun... Ach komm, noch einmal. Wer hat's N.W.A. damals nochmal gesagt? Fuck da, Police! Ja, schon haben wir damit auf. Oversight. Hier ist Frauen 15. Nähe an uns... Ähm... Ach, Bier! Jetzt hab ich mir... Jetzt hab ich mir die nicht einfach ein... Ach... Das ist typisch. Ich kann mich jetzt einfach nicht einteilen. Warum mach ich das nicht? Ja... Mann am Boden. Nichts! N.W.A. Wie... blöd kann man sein?! A.W.A. Ah... J.A. Sagt schon Mann am Boden, Mann am Boden. Ja, wirklich. Er lebt nicht mehr, der ist Tod. Sagt schon Mann am Boden, Mann am Boden. Munition absuchen. So. Normalität halber und so. Ja, die haben nichts mehr. Pfff. Aber ganz ehrlich, das Spiel bockt schon. Mal ein bisschen den Ausblick genießen. Verfuß! Naja. Schießen ja mal ein bisschen... Äh, Braun 7, hier ist Azur 1. Ziel ist zu Fuß, nordöstlich entlang des FDR unterwegs. Koordinaten, äh, Delta 7 9. Können Sie ihn abpacken? Aua. Feiges. Tja. 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 Noch leichter kann man einen Gegner einfangen. Wir haben es geschafft. Pumpe nehmen wir uns. Auf jeden Fall. Ähm, na ja. Ich weiß noch mal, McDonalds, every time is a good time. Every time is a good time with a shotgun, oder wie ist das? One. One, zwei. Oh nein. So stirbst du nicht. Da ist er! Habe ich dir erst erlaubt, meinen Angriff zu überleben? Habe ich dir erst erlaubt? Habe ich dir erst erlaubt? Es ist wieder mal Zeit für den... Für den... Geh weg! Auf Feuer! Mann an euch! Hey damit! Ich frau mich zwar gerade wieder, sich diese Knarre, ohne die Arme nach vorne auszustrecken, sich durch die man nehmen kann? Ja... 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 Du bist aus... Gehen wir eben noch mal nach vorn. Moment. Der Weiser sagt mir einiges. Ja. Das wollte ich aufnehmen. Das war doch schön. Wir nehmen uns die Waffen nicht. Nein, wir schießen sie einfach mit einer anderen Knarre kaputt. Das war geil. Das hatte richtig Stil. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Mein Freund. Das ist eine Wasserflasche. Da kann man Wasser draus trinken. Ich weiß nicht, ob diese Erfindung inzwischen bei dir angekommen ist. Die gab es schon so ungefähr seit der Renaissance, würde ich mal sagen. Ach so, das ist wieder diese Standard-Scarab-Knarre. Ach so. Das war ja so. Nein, die hat keine Munition. Das habe ich jetzt schon gemacht. Ach so, siehst du wieder an. Wir sind jetzt wieder die Idioten. Ja, so. Du bist zu. Oh mein Gott! Was ist das? Ah, freu mich alle auch. Das ist ja komisch. Schrapp, schrapp. Echt. Nein, das ist nur ein Schrauber gewesen, wahrscheinlich. Weil dieser Bilo sogar schon... Ja, geil. Ja, geil. Wie wir grad von LZ führt? So Roosevelt-like? Area 51-like und so weiter? Nee, das war leider Gottes nur die Straße, die sich jetzt grad ein bisschen nach oben gebogen hat. Das war so eine schöne Straße. Naja, als die doch völlig intakt war wahrscheinlich. Tektonische Verschiemen, ach so, das war wirklich ein Erdbeben. Au, 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 au! Au! Wieden! 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 Wir vertreten uns einfach. Schaffen wir einen Fahrzeug! Es wackelt! Es ist alles kaputt! Der beste Zeitpunkt einfach mal... Mitten vor der Spannungskurve einfach mal aufzuhören mit dem Teil. Deswegen will ich jetzt mal sagen tschüss und wir hören uns dann einfach jetzt gleich im nächsten Teil. Ich hab wie gesagt keine Ahnung. Habe ich keine Ahnung wie der wievielte Teil das jetzt ist. Wir hören uns jetzt einfach gleich wieder. Tschüss!